Das absolut Wichtigste, das es beim Schreiben gibt, ist, dass ein Autor etwas weiß über die menschliche Natur. Reden wir über Mord und Totschlag. Und woher bekommen Sie Ihre wunderbaren Ideen, Tess? Sie werden es nicht glauben, aber Sie finden mich. Sie scheinen immer zu wissen, wo ich bin. Wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? In drei Kilometern nehmen Sie die Auffahrung zur Hinterseel. Wo zur Hölle bin ich? Bei der nächsten Möglichkeit, Lenny. Mir gefällt es hier draußen nicht. Willkommen nirgendwo. Er war groß? War richtig groß. Er war ein Riesen. Oh, das ist Big Driver, den Sie da meinen. Ich möchte ihn überraschen. Ihm vielleicht ein kleines Geschenk geben. Filmur TV Filmur TV